Musik 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 Ich krieg den ersten Sprung Nicht mehr hin Doch jetzt Musik 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 Der ist ja echt voll, der kann ich auch hoch... Oh Gott. Was ist das? Komm! Wo bleibs? Hier komm, hierher! Oh, da bist du! Ja, wir müssen hierhin! Du bist einfach außen rumgegangen, oder? Oh Gott, wo müssen wir denn jetzt hin? Ach, hierhin! Ach, hierhin! Oh Gott, wo müssen wir denn jetzt hin? Ach, hierhin! Oh Gott, wo müssen wir denn jetzt hin? Denk ich mir mal. Oder? Wo gehst du hin? Lauf, wo bist du? Ja, dann komm doch mal! Du hast ne Kiste! Ah, fick dich! Hey Junge, wo gehst du hin? Hattest du hier bei mir irgendwo ne Truhe? Das wär's jetzt... Nein, nein, okay, hier ist keine Truhe. Schade. So, so, so... Dann da hin, dann... Was ist das? Ein awesome, super, ulti, duper cool Checkpoint. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, der Schlüssel! Oh oh! Oh Gott, mein Gott! Ja... .... Alter, uncool Uncool, ich bin gleich tot Fuck you Ja, sicher, jetzt muss ich den ganzen Scheiß genommen machen Nee, Alter Im Leben nicht Wo waren wir denn? Wo, wo, wo bist du? Wird nicht fast Ich möchte da unten gerne einen Checkpoint Hier Äh, so Dann mach mal kurz So Bin ich eigentlich verarschen? Was soll denn das für ein Checkpoint sein, bitte? Der ist ja voll behindert Jetzt bist du zweimal drübergegangen, sind da zwei Ja, du auch noch drübergegangen bist Oh, joo, joo Aua Geh halt noch drauf, öfters leer machen, Alter Oh, joo, das ist ja auch wichtig, Kackpratze Find ich gut Nein Nein Hä, nein Was? Nee, ne Warum, wo bist du? Wo haben wir schon ein Checkpoint gewesen? Nirgends Aber ich muss noch ein Spacken gehen Wie bist du denn hier hergekommen? Ich hab mir da unten ein Bett hingesetzt Aber ich muss noch ein Spacken gehen Tja, ich hab gesagt, ich mach mir da unten ein Checkpoint Ich Aber Kannst du dich da auch reinliegen, ja Wir können beide das gleiche Bett benutzen Boah, was ist denn das für mega Jumps, bitte Alter Schwede Oh Gott, Blasetrot neben mir, Blasetrot neben mir Ist genau neben mir eingeschlagen Machst du jetzt den ganzen Parcours nochmal oder was? Da ist direkt vor mir den Blasetrot Oh Gott, ach Gott Fick dich doch Geh weg von mir Wo bist du denn bitte? Du bist da unten, was machst du da unten? Ach du Scheiß Yo Oh nein, sein Internet kackt wieder ab Dann würde ich sagen Warst du das hier mal für diese Aufnahme Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder Wenn hoffentlich sein Internet wieder geht Das geht doch alles, was ist das hier von mir? Ja, du hast dich nicht, ich konnte dich nicht schlagen Ja, weil ich ein Gameboy bin Aber sagt es doch Und du hast dich nicht bewegt Ja, weil ich gerade mein Smallport hergesetzt habe Weil ich nicht schlafen konnte, weil scheiße Monsterkackfiech sind alle Ach so Okay Dann beenden wir die Aufnahme doch nicht Sondern machen noch ein bisschen weiter Scheiße, das habe ich in Hamburg weggeschmissen So Also die Blasetrotz, die gehen mir schon auf ein bisschen auf den Keks, muss ich sagen Oh, jetzt ist der Spender der, wo die rauskommen, sehr gut Da hin Da hinten Da hinten kommst du extremst schwere Sprünge, ich sag's dir Oh ne, die sind doch nicht so schwer Ja, du scheiß kackt, Base-Rod alle Boxt wie die Fresse an Ja, ich habe zwei Coins, alter Oh, ich habe 13 Coins Ich habe 12 Nein, du hast Du hast auch schon im Salfa, genau Äh, wo geht's hier weiter? Ja, wo geht's recht Ja, was? Wo bist du denn? Ja, komm auf Wie langsam bist du denn, bitte? Ich glaube, du brauchst Unterstützung Deswegen Du bist echt Du kriegst schon Unterstützung von mir Sei doch nicht so vorsichtig Sei doch nicht so vorsichtig, mein Kind Jetzt da hin Ein Netz da hin Und ich sag dir, jetzt musst du durchspringen Die Dinger sind so extrem Ja Wer will denn mal durchspringen? Hä? Ja, du musst halt spät abspringen Ja, ja, nix da, nix da, nix da, nix da, nix da Soll ich eins nach hinten Oh, Mann Was du mal auf die Reihe bringst, ist, ist so unglaublich Sehr gut, sehr gut, sehr gut, wunderbar, und jetzt, jawohl, sehr gut Und jetzt weiß ich hier nicht weiter Geh mal gucken Okay, darauf hätte ich eigentlich auch kommen können Alter Epic Jumpback 4 Was? Ultraness Oh, mein Gott Der was? Der Cartridge Droge Nooo Mario, was? Mario Voice But What happened to To the Princess? Jetzt bist du dran mitlesen Okay, glaube ich, ich lese lieber, weil dich hört man nicht Why is everything square in Minecraft tea? I hope Was, I love you Blablabla Just wanted to hear the Mario Voice Now we need to find Oh, Gott, mein Englisch Instructs on how to fix Was steht da? Auuuh